Da, das ist es! Was? Na, hören Sie das nicht? Weh? Ob Sie es nicht hören? Was? Dieser Ton, er gefällt mir! Moment, Moment! Haben Sie das gehört? Was für ein seltsamer Ton! Sind Sie jetzt fertig? Sind Sie jetzt fertig? Jawohl, ja! Also, Opus 3, zweiter Satz und Dante. 3, 2, 1... Ich meine, was er sich gedacht hat, als er das komponiert hat. Ich meine, was er komponiert hat, als er sich gedacht hat, was er sich da gedacht hat, wenn er schon nicht gehört hat. Nicht gehört? 1796 hat der Meister aus 5 Metern Höhe eine Maus gehört. So, bei Opus 3 hatte Beethoven Ohren wie ein Falke. Wie ein Falke? Aber schließlich konnte ein Falke ja nicht fliegen. Was Sie nicht sagen! Es klingt merkwürdig. Ja, es klingt sonderbar. Sehr sonderbar. Sie sollten vielleicht auch etwas sauberer intonieren, Herr Chlorone. Fingersass. Ich spiele seit 40 Jahren das Estotrio ohne Noten. Ohne das S-Bär gehört hat. Wo haben Sie denn da gespielt? Wie? Wie? Was? Ich schleppe seit 40 Jahren Noten. Ich hab doch nur sagen wollen... Fingersass, dass ich nicht lache. Beethoven. Ha ha ha! Ha ha ha! Haben Sie mal was von Brahms gehört? Wie? Bach. Von Bruckner. Bismarck. Herr Bluhn. Hä? Das war Mozart. Bach. Sind Sie jetzt fertig? Ja, wohl ja.